ok du hast also ich habe so nebenbei was vorbereitet das war ein liebesbrief weil du sowieso die hälfte nicht beantworten möchtest alter deswegen habe ich lieber mehr als zu wenig aufgeschrieben so doch fangen wir dann damit an ich möchte gern von dir wissen ja jetzt die hauptfrage ich möchte gern von dir wissen wie man generell ein star wird wie wird man ein star was willst du wissen jetzt bin ich ein star naja du bist auf jeden fall in einem ich kann auf jeden fall nicht mehr draußen normal rumlaufen genau also du bist auf jeden fall in diesen du verkehrst in diesen kreisen so jetzt bin ich ein newcomer rapper werden oder ich bin schon rapper aber man kennt mich nicht was muss ich denn machen um ein star zu werden um etabliert zu sein um einfach ja wie werde ich ein star ich komme zu dir ich bin rapper seit fünf jahren dicker ich will jetzt ein star werden oder ich bin neu habe jetzt neu angefangen ich habe einen krassen flow ich will jetzt da also eine gute eine gute antwort darauf die die leute noch wirklich was mit gibt ich könnte jetzt im detail erklären wie das business wieder läuft oder ich könnte dir genau erklären was natürlich musst du wirklich talent haben natürlich musst du dann noch irgendwie ein bisschen glück haben und dann auch einen hit landen so es gibt auch leute die sind einfach coole rapper und die machen jetzt nicht unbedingt die hits aber die sind halt die stehen halt für irgendwas und leute lieben halt deren legacy oder deren deren alben oder deren art oder keine ahnung was wichtig ist dass man von vornherein versteht dieses berühmt werden ist schon mal der falsche grund man sollte nicht berühmt werden man sollte nicht berühmt sein also es geht nicht um den fame wenn jemand kommt und sagt ich möchte unbedingt star werden ich möchte unbedingt fame werden dann ist es nicht der richtige anhalts der richtige ansatz sondern es geht erst mal darum dass man spaß haben sollte an einer sache die man gerne macht weil du spaß an der sache hast dann machst du die sache nicht nur gerne sondern auch oft wenn man eine sache oft macht dann macht man sie irgendwann auch gut weil man der übungen da drin findet wenn man eine sache gut kann dann hat man erfolg in einer sache ja und der 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 einsteiger ist einsteiger problem ich kann dir immer nur sagen was die meisten falsch machen so die meisten leute denken wenn sie kein geld haben oder wenn sie keine krasse connection haben dann wird es schwer dann wird es erstmal schwer und ganz oft aber auch wenn leute dann in situationen kommen wo sie dann die erste chance bekommen nutzen sie diese chance nicht gut weil sie dann immer noch glauben sie müssten immer noch mit einem bein in ihrem in ihrem alten leben stattfinden und mit dem zweiten mit dem mit dem spagat in dem neuen leben stattfinden und so funktioniert der erfolg nicht so funktioniert auch nicht der werdegang den du gehen musst du musst voll und ganz bereit sein deine zeit weil die beste also das einzige was du hast das wertvollste was man hat wenn man nicht viel hat ist immer noch die zeit das heißt den vorteil den wir damals bei agro berlin hatten warum wir auch vielen anderen was vorgemacht haben und warum wir dann alle die bei agro berlin waren haben eine karriere bekommen alle einige von denen haben später wieder vergeigt aber egal wer es war ob es bushido war sido wie tight toni die kitty cat das umfeld alle haben eine karriere bekommen was was war denn die magie daran die magie daran war nicht nur dass es halt kreative köpfe waren dass wir in jedem in jedem aufgabenbereich halt dann die richtigen leute hatten das ist natürlich viel glück gewesen aber das wichtigste war wir hatten alle auf gut deutsch gesagt nichts besseres zu tun als darum zu hocken und mucke zu machen da gab es das gab es damals nicht ja ich kann heute nicht das gab es damals nicht ganz im gegenteil wir haben uns drum gestritten wer ist im studio wir haben uns drum gestritten wenn wir wenn wir wenn wenn bushido und ich in studio reingelaufen sind bei agro berlin und da sagst die sekte haben wir einen absturz auf die geschoben weil wir wollten da jetzt was machen und die haben einen abs die haben einen einen hass kick auf uns geschoben weil die uns gesehen haben weil es war immer dieses jede sekunde war dafür da und es war überhaupt nicht irgendwie anstrengend für uns oder es war überhaupt nicht eine frage von zeit nehmen wir hatten alle zu der zeit ist es halt diese goldene zeit gewesen vielleicht liegt es auch vielleicht haben es viele viele jugendliche heutzutage auch weil es meistens in der jugend so du hast unser leben war komplett lost wir hatten nichts im leben was uns irgendwie so beschäftigt abgelenkt hat sondern wir haben nur unser ding gemacht wir sind morgens aufgestanden und wir waren rapper ich bin morgens aufgewacht wenn ich bei bushido aufgewacht bin habe ich meistens auf dem boden gepennt oder neben ihm da im bett alter wenn wir aufgewacht sind ich war noch nicht mal wach er war noch nicht mal wach richtig ist darüber gegangen zu seinem schreibtisch an die npc oder an den laptop oder sorry an den computer und hat gleich ein beat gemacht es ging es gab nicht mal dieses aufstehen und erst mal frühstücken gab es für uns so aber wie alt wart ihr damals war das anfang 20 21 20 21 heute bist du ja älter weil ich sag mal so wenn du jetzt heute diesen weg einschlagen würdest würdest du ja auch denkst du ja anders würdest du dann trotzdem sagen ich bin jetzt 39 ich ziehe das jetzt durch aber dann hat man im hinterkopf ja okay alter ich bin jetzt 39 jetzt muss ja irgendwie muss ja irgendwie torschutzpanik muss jetzt langsam mal knallen und ich habe jetzt nicht so lange zeit worauf ich gerade ja gerade ja also erstens sollte man sollte man schon also ich halte davon gar nichts also die einzige die einzige sache auf der welt die mir irgendwie ein strich durch meinen mit durch meinen persönlichen zeitplan macht ist der liebe gott wenn der liebe gott mir morgen sagt ich sterbe morgen dann hat mein dann hat mein dann hat mein dann hat mein timing mein management mein zeitmanagement nicht geklappt mich interessiert nicht wie alt ich bin mich interessiert es gar nicht nicht jetzt nicht jetzt weil ich jetzt auch langsam schon in einem alter bin wo man auch sagen könnte bro du bist schon alt so ich bin jetzt 40 bin aber ein erwachsener mann alter ich kann nicht mehr rumeiern viele sachen die ich mit 20 gemacht habe die kann ich jetzt nicht mehr machen einfach weil ich aber auch merke es steht mir nicht mehr also aber es gibt auch viele andere sachen wo die ganze welt sagt das musst du machen mit 40 mache ich nicht das interessiert mich nicht was leute sagen was man mit 40 macht weil was man mit 20 macht habe ich ja auch nicht bekommen ich habe auch keine familie gab mit 20 ich habe auch nicht von meinem papa einen führerschein bekommen ich bin auch nicht mit ich durfte auch nicht mit auf klassenfahrt habe ich auch nicht bekommen ich habe auch ein richtiges bett in meiner wohnung gehabt habe ich auch nicht bekommen ich habe keinen vollen kühlschrank bekommen ich habe keine regelmäßigen mahlzeiten bekommen, ich habe keine geborgen, keine Familie, keine Liebe bekommen in vielen Situationen, habe ich alles nicht bekommen, das heißt, wenn du so jemand wie mir sagst, ja, man macht das, aber man bekommt das, aber in dem Alter und das und das, und das interessiert mich alles nicht, so, das heißt, der Einzige, der Einzige, der mir sagt, vielleicht ist das auch ein bisschen so das Erfolgsrezept, oder warum ich halt auch nicht aussehe wie ein 40-Jäger, ich fühle mich auch nicht, also, wenn ich sage, ich fühle mich nicht wie ein 40-Jähriger, dann, ich weiß nicht, wie sich ein 40-Jähriger fühlt, das interessiert mich gar nicht, es gibt für mich nicht den 40-Jährigen Lifestyle, es gab für mich aber damals auch nicht den 20-Jährigen Lifestyle, für mich gibt es auch nicht den 50-Jährigen, 60-Jährigen Lifestyle, interessiert mich alles nicht, das Einzige, was mich interessiert, ist, ob ich morgens aufstehe und das machen kann, was ich will, ich habe meine Pläne, ich habe meine Projekte, wenn ich in den Spiegel gucke, und mich da manchmal frage, okay, kann ich das noch so verkaufen, rüberbringen, als Produkt einfach nur, wenn ich jetzt einen Film drehe, kann ich dann einen 30-Jährigen spielen? Ja, kann ich. Ja, der Rest interessiert mich nicht. Wenn die mir sagen, wenn die mir einen Film, wenn ich einen Film spiele, und in dem Drehbuch steht, Flair spielt einen 30-Jährigen Drogendealer. So, dann ist mir da nur wichtig, kann ich das deliveren, weil ich ja am Ende im Film glaubwürdig rüberkomme. Ja, ja. Fertig. So, wenn ich einen Song mache, und im Musikvideo da stehe, mit Pelz, oder mit Weibern, oder mit meiner Mucke, und ich rappe einen Song, dann gucke ich mich an, ey, kommt das cool, kommt das so playermäßig rüber, ja, kann ich. So, der Rest interessiert mich gar nicht. Und das so, und, 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 und jetzt mal auf deine Frage konkret einzugehen, wenn jetzt Leute 20, 30 Jahre lang, man guckt mal, es gibt einen Spruch, wenn du das tust, was du immer tust, wirst du das bekommen, was du immer bekommst. Ja. So, wenn Menschen also 20 Jahre lang, wir sagen mal, die sind 20 geworden, die sind erwachsen, jetzt wollen die ihren Film fahren, machen 20 Jahre lang eine Sache und sind mit 40 da und haben immer noch nichts erreicht. Ja, dann dann liegt es daran, dass sie immer dasselbe machen. Okay, aber es gibt ja auch Leute, weil das wird meine nächste Frage sein, es gibt ja auch Leute, die sind fleißig, verfolgen ihren Ziel. Diese Leute verwechseln aggressives Arbeiten mit effektivem Arbeiten. Okay, weil das wäre meine Frage, ab wann ist denn Schluss, ab wann, wenn du dein Ziel verfolgst und es klappt nicht, ab wann soll man sagen, ey, dicker Bro, das funktioniert nicht. Niemals. Niemals. Immer weitermachen. Immer weitermachen. Manchmal, manchmal, das ist ja das Leben. Niemals. Manchmal machst du auch eine Sache, machst die einfach weiter und dann, dann, dann das, was, was den großen Fehler, den Menschen immer machen ist, die denken immer, die können für den lieben Gott, der liebe Gott plant für dich und die Leute denken auf, die können das voraussehen. Du kannst im Leben nichts voraussehen. Du kannst sagen, ich streng mich jetzt in dieser Sache an und dann kannst du dir vorher ausrechnen, was es dir bringt. Das ist Bullshit. Du hast, du hast, also der Glaube an Gott und der Glaube an dich, oder keine Ahnung, wie man das nennt, ist ja genau das, dass man sagt, ich verlasse mich darauf. Und verlassen bedeutet, ich hinterfrage das nicht. Wenn du mein Freund bist, ja, oder du bist meine Frau oder keine Ahnung was und du gibst mir dein Wort, dann komme ich ja auch nicht alle zwei Tage und frage dich jetzt, was damit ist. Dann sagst du auch mal, ey, bist du behindert? Vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Genauso ist es mit dem lieben Gott, genauso wie mit deinem Glauben an deine Zukunft, an dein Leben. Wenn du dir das vorgenommen hast, wenn du zum lieben Gott redest oder keine Ahnung was oder zum Universum und du sagst jetzt, okay, alles klar, ich will das schaffen. Und du kommst aber alle zwei Tage und versuchst dir das auszurechnen oder versuchst zu gucken, wie weit du gerade bist, ja, dann glaubst du ja nicht dran. Dann ist ja das schon der Fehler da drin, dass du alle zwei Tage die Gedanken machst, wo bin ich gerade? Und das mache ich absolut gar nicht. Ich habe dafür kein, wenn Leute mir im Internet sagen, yo, Flair, andere haben das, andere haben das, andere haben das. Erstens, die Leute da draußen, die oft, ähm, die oft den Popel in deinem Gesicht suchen oder das Haar in der Suppe suchen, das sind meistens die Leute, die extrem, sich extrem toll finden den ganzen Tag, dass sie keine Risiken eingehen und im Endeffekt den ganzen Tag nur da sitzen, wo sie sitzen und nie auf die Fresse fallen und dann immer mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja, guck mal, da bist du gescheitert. Ja, aber die checken nicht, Alter, das, das, bro, du bist voll der Eierkopf, wenn du nicht, wenn du nicht, wenn du nicht auf die Fresse fällst, weil du, du gehst keine Risiken ein, du machst gar nichts. Du bist voll, du fühlst dich voll toll, dass du in deiner Kackwelt sitzt und die ganze Zeit sagen kannst, ja, da ist jemand auf die Fresse gefallen, da ist jemand auf die Fresse gefallen, ja, du selber fällst nie auf die Fresse, weil du gar nichts machst. Ja, so und deswegen, wenn du Vertrauen auf dich hast und wenn du Vertrauen an dein Ding hast, Alter, wenn du deine Sachen machst so, dann solltest du nicht jeden Tag die Gedanken machen, warnen, wie, wo, was, sondern du sollst nur wissen, da ist die Richtung, das ist mein Ding und ich mach das jetzt, Alter. Und wenn du das dann halt konsequent machst, dann solltest du natürlich auch nicht immer nur, es gibt Menschen, die verwechseln aggressives Arbeiten mit effektiven Arbeiten. Die gehen jeden Tag zur Arbeit und denken, boah, ich arbeite jeden Tag zehn Stunden, jetzt muss ich Erfolg haben. Nein, ist ja Bullshit. Du musst dann das Richtige tun und viele und Leidenschaft auch, ne? Also ja, und viele sagen halt auch, ja, ich muss die Arbeit machen, ich muss ja mein Ding machen und wenn dann oft Situationen kommen in der Arbeit oder im Business, ja, weißt du was, aber das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an. Noch nie hat sich etwas, was dir Erfolg bringt, im Vorfeld gut angefühlt. Nichts auf der Welt. Wenn ich, wenn ich einen harten Videodreh habe, fühle ich mich scheiße. Wenn ich hart trainiert habe, dann ist das Training scheiße. Wenn ich im Studio bin, fünf Stunden und ich schreibe einen krassen Song, dann fühle ich mich scheiße. Ich fühle mich dann erst gut, wenn das Ding, wenn ich, wenn ich über diesen, wenn ich durch diesen Struggle gegangen bin, durch diesen, durch diesen, durch dieses eklige Gefühl gegangen bin und dann immer da sitze und merke, okay, alles klar, ich bin daran erstens stärker geworden, weil ich habe Übungen da drin und die, man, 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 bekommt ja irgendwann die Früchte aus seiner Arbeit. Das ist das Leben so. Das ist, das ist das Geheimnis des Erfolgs. So, das ist aber nicht, hey Mann und so, ich fühle mich heute aber nicht gut, wenn ich das mache und deswegen sollte ich mich aber nicht, sollte ich das aber nicht machen, weil ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Bro, das ist ja das Problem an der heutigen Generation, die fühlen sich als Mann kacke, dann sagen sie, ich bin eine Frau. Ich fühle mich als Frau kacke, jetzt bin ich ein Mann. Die fühlen sich als Mensch kacke, jetzt bin ich ein Alien. Ja, scheiß auf deine Gefühle. Die Gefühle, der, 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 der Grund, warum du Gefühle hast, das größte Problem, was die meisten Menschen in der Welt haben ist, die nehmen sich selber zu wichtig. Die denken, ihre Gefühle sind individuell was Besonderes. Deine Gefühle sind nichts Besonderes. Wenn du Pizza isst, fühlst du dich gut. Wenn du hart trainierst, fühlst du dich scheiße. Wenn du auf dem Fußballplatz stehst, Alter, und da jeden Tag rumrennst, ist es anstrengend. Es ist für jeden gleich. Es ist für jeden gleich, wenn du, wenn du denkst, aber, ja, aber meine Gefühle sind ganz was Besonderes, weil wenn ich trainiere, ich muss das so, so machen. Nein, Bro, wenn du trainierst, musst du dich effen, amsen. Du musst dich zerstören, damit du stärker wirst. Genauso der, genauso, genauso das Problem mit Leuten, die kein Herz haben, zum Beispiel so Künstler, die ich bei Maskulin hatte. Ja, aber ich habe ein Alkoholproblem. Du hast kein Alkoholproblem. Das Problem, du säufst nur, weil du den Schmerz nicht aushältst. Ob es heute Alkohol ist oder morgen Kokain oder übermorgen Teledin, Alter, das spielt keine Rolle. Du hast kein Alkoholproblem. Du bist selber ein Kekko. Du hast ein Problem mit dir und hast nicht gelernt, das auszuhalten, den Schmerz auszuhalten, weil du jedes Mal sagst, jedes Mal, wenn deine liebe Mutter zu dir gekommen ist und gesagt hat, oh, mein kleiner Süßer, geht's dir heute nicht gut? Ja, Mama, mir geht's nicht gut und deine Mutter ist dann irgendwann mal nicht da und so, dann, keine Ahnung, dann willst du jedes Mal diese, 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 diese Streichereinheiten von deinen Eltern, äh, wie geht's immer so scheiße, Bro, das sind alles keine Männer geworden. Weil erstens, die, 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 die steigern sich rein und sagen, ja, mein Leiden, meine Gefühle sind ganz was Besonderes. Ich möchte, dass die ganze Welt mitbekommt, dass ich gerade leide. Und wenn sie es dann nicht aushalten, dann fangen sie an mit Drohungen oder keine Ahnung was, um dich dann richtig zu ficken, damit sie am Ende sagen können, okay, alles klar, ich hab den Schmerz betäubt. Und das ist genauso wie beim, 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 beim Krafttraining mit Muskeln. Du trainierst, das brennt, das tut weh. Wenn du dein Herz trainierst, ist auch ein Muskel. Blödes Beispiel jetzt, ich hab jetzt auch ein Muskel. Ja, tut auch weh. Eine Olle bricht dir dein Herz. So, ja, tut weh. Was machst du jetzt? Beim nächsten Mal, Alter. So, bist du ein bisschen, bist du ein bisschen, äh, vorsichtig. Na, nicht vorsichtiger in dem Sinne, sondern bist du im Klaren darüber, was, was passieren kann. Du, 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 sagen wir mal so, du gehst nicht mehr komplett blind in irgendeine Sache rein, sondern du bist, du bist, du bist geschult, du bist, du bist gefestigt, du hast deine Meinung, du sagst es. Und daraus entsteht ja dieses, dass man sagt, guck mal, wenn du dich, wenn du dich in einer Beziehung oder auch im Business in einer Beziehung oder in einer, in einer privaten Beziehung, wenn du die ganze Zeit Angst haben musst, dass man dich verletzt oder Angst haben musst, dass du dem anderen gefällst, dann findest du, dann findest du nur die Leute, wo du, wo du, wo du, wo du im Endeffekt, äh, wie sagt man, gleich und gleich gesetzlich gern, Dicker. Wenn ich, wenn ich, ich bin 100% so, wie ich bin, wenn ich, wenn ich manchmal scheiße bin, wenn ich manchmal anstrengend bin, wenn ich manchmal cholerisch bin, wenn ich manchmal, äh, zu viel arbeite und so, da muss trotzdem jemand in deinem Leben sein, der dich einfach so nimmt, wie du bist. Und nicht, ich stehe am nächsten Tag auf, muss wieder grübeln, ey, alter Scheiße, ich bin jetzt wieder so, wie ich bin, aber der andere mag mich nicht. Aber anstatt, dass die Leute loslassen, haben die Angst vorm Alleinsein und chillen ihr ganzes Leben lang mit Leuten, die sie im Endeffekt nur haben, weil sie Angst haben, alleine zu sein. Bro, ich war meine, ich war alleine mit 16. Du weißt nicht, ich war alleine. Ich war alleine in der Klapse, ich war alleine bei betreuten Einzelnen. Sondern das heißt, alle Leute, die ich in meinem Leben habe, die hab ich da nur, weil die da sind, weil, weil, weil die mich erstens so akzeptieren, wie ich bin und weil ich so bin, wie ich bin und weil ich die Leute mag. Und wenn einer, wenn einer mit mir nicht klarkommt, dann kann er sich verpissen. Verstehst du, was ich meine? Ich schulde keinem was, keiner schuldet mir was so. Und die meisten, und das ist halt das Ding, ne, auch im Business so, jetzt wieder auf dein bisschen mehr einzubringen, die meisten Leute, keine Ahnung, Alter, so, die denken, die müssten berühmt sein und sind dann berühmt für gar nichts. Ja, ich bin berühmt. Ja, du Schwanz, jeder ist gerade berühmt. Instagram, jeder ist berühmt. Tutsch, jeder ist berühmt. Was heißt berühmt? Du bist mittlerweile cooler, wenn du nicht berühmt bist. Wenn du nicht die ganze Zeit, ey, guck mal hier, ey, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Das Schlimmste ist ja wirklich, Leute sind, die meisten Leute sind berühmt für gar nichts. Inwiefern für gar nichts? Ja, die machen nichts. Ich bin berühmt. Quatschen nur den ganzen Tag. So wie wir jetzt hier scheiße labern. Ja, ja. Stimmt auch, wir würden hier nur sitzen, Alter, und würden, keine Ahnung, Alter, wir wären Influencer. Nice leben, Alter. Influencer. So ein wacker Scheiß. Wer hat, wer hat denn sowas, also Influencer, wer hat denn, äh, ist ja mittlerweile ein Beruf, ne? Ja, das heißt, auf Deutsch, berühmt für gar nichts. Du Fanboy. Berühmt für gar nichts, Alter. Berühmt für Scheiße, berühmt für Dasein. Wow, wow, Leute, was war das für ein Video, Alter. Ja, dicker, willst du es schon wieder sagen? Was soll ich denn sonst sagen? Was ist, wenn das Video gar nicht krass war oder wenn es traurig war? Was machst du denn dann? Okay, dann mach du doch, Alter. Warum sag ich das mal? Ja, weil du bist doch anscheinend der Profi. Ist doch dein, ich rappe, mach Klamotten, was soll ich nochmal? Okay, ist egal, ich mach's jetzt für dich besser, okay? Hallo, Leute, vielen lieben Dank, ja, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert meinen Kanal und die Benachrichtigungsglocke. Klickt drauf. Klack, 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 klack. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Ciao.